Ski Langlauf Battle. Ich stand noch nie auf Ski Langlauf Skiern. Heute das erste Mal und morgen muss ich gegen Bocci zehn Kilometer antreten, quasi im Race Mode. Und das wird spannend, weil ich glaube immer noch, dass der mir verheimlicht hat, dass er eigentlich richtig gut ist beim Ski Langlauf und hier einen auf, ich kann das auch nicht machen. Aber das werden wir gleich sehen. Hat er dir nicht verheimlicht. Ich habe noch eine schöne Formulierung. Vom lange Laufen zum Langlauf. Das ist fast so scheiße, wie die Motivation spricht von dir. So, wir fahren nach Buchenberg. Treffen Fabi Eisenlauer. Fabi Eisenlauer vom HEP Sports Team zeigt uns heute so ein bisschen die Technik, damit wir morgen überhaupt zehn Kilometer ankommen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, Bocci, jeden, dem wir gestern erzählt haben, was wir vorhaben, wo wir Skier abgeholt haben, Ausrüstung abgeholt haben, Schuhe, hat gefragt, wirklich zehn Kilometer? Ich glaube, das kann richtig lang werden. Das kann richtig lang werden. Aber du hast ja auch so treffend formuliert, ja alles weniger als zehn Kilometer, wäre ja auch nicht männlich genug. Also du hast uns eigentlich die ganze Scheiße eingebrockt. Na ja, schauen wir mal. Technik lernt jetzt die Technik. Wir haben schon festgestellt, dass Nick auf jeden Fall die falsche Schuhgröße hat, weil wir müssen eng sitzen und nicht weit. Meine Schuhe sind gefühlt ein bisschen zu klein. Wie so ein Penner. Du hast mir gestern gedacht, die müssen gemütlich sein. Bei der Kälte ist es so, dass sich die Zähne ja nochmal zusammenziehen. Also bei dir könnte es dann ganz gut passen. Beim Blick schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Der kippt nachher aus den Schuhen. Was machen wir jetzt? Also wir haben Nick noch gar keine Erfahrungen beim Langlaufen, ich so ein bisschen, aber war auch seit, glaube ich, vier Jahren oder so nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal ein paar Stabilitätsübungen und so Gleichgewichts-Balance-Übungen, dass man überhaupt weiß, wie man auf dem Ski stehen muss. Okay. Das ist immer das Wichtigste. Und dann machen wir so ein paar Übungen mit einem Ski und nur ohne Stöcke. Einfach so, dass man mal das Gleitgefühl herausfinden kann, auf was es drauf ankommt. Dass man eben nicht aus den Armen die ganze Zeit rauszieht, wie es die Triaditen so gern machen, sondern... Also das wird auf jeden Fall die Challenge heute. Und das werden wir auf jeden Fall auch hinkriegen. Kann man das innerhalb von einem Tag lernen? Wie komplex ist Langlauf? Es ist halt eine Gleichgewichtssportart und es ist halt wichtig, dass man wirklich am Anfang darauf achtet, dass man wirklich ein gutes Gleichgewicht entwickelt. Das dauert natürlich ein bisschen, aber man kann schon in einem Tag relativ viel machen. Also da kriegt man gut was hin. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Das hört sich ein bisschen nach Skischule an. Ohne Stöcke und mit einem Ski und sowas. Ich bin schon mal gespannt. Nick, verletz dich bitte nicht. Los geht's. Ski High. Was soll ich machen? Deine ersten Schritte wieder. Ich will sehen, wie du... Fahr mal in die Richtung. Oh, erstmal muss er drehen. Oh, ey, mein Stock. Vorsicht, Brock. Mann, ey. Was soll ich nicht mehr entgegen gehen? Ja. Warte, Fabi, komm dir noch mal entgegen. So. Der Daumen muss er durch, genau. Dann ist er ziemlich eng. Oh, das ist auch knapp. Die Stoffe verloren. Nein, das passt. Okay. Ich fühlst du dich? Oh, oh, oh. Erstmal versuchen, darauf zu stehen. Ist das eher Vorlage auch, wie beim Tiefahren? Oder? Ey, die Hüfte muss ein bisschen nach vorne, ja. Schön umtreten. Ich bin geist zu raceballen. Ne, komm. Ich bin geist zu raceballen. Ne, komm. Vorsicht. Das war seltener schön als Durst. Ich bin geist. Es gibt halt einen Gleitski und einen Druckski praktisch. Ich stehe immer auf dem und mit dem schiebe ich da vorne. Ja. Mit einem mit dem Gleitski. Genau, also der Gleitski steht eigentlich nur drin. Ja. Das heißt, das ist eben der hier, der steht nur drin. Und mit dem schiebe ich an. Dann machen wir die Spur. Komm, steig, zeig mir, was du kannst. Oh Gott. Das sah bei Fabi irgendwie besser aus. Ja, warte. Ich muss ja immer... ... auf dem Schiebe praktisch nach vorne dann drauf zu stehen. Ja, aber... ... muss man richtig reichen können, oder? Genau, so wie beim Inlineskaten theoretisch. Warten wir mal ganz kurz. Spur nicht kaputt machen. Ey, zeig das doch nicht. Mann. Okay, das können wir nicht zeigen. Ja, okay, dann fahr. Das ist sehr groß, ne? Oh, genau. Ich sag, ich hab morgen überhaupt keine Chance. Ja, ja, ja. Und der. Ah, okay. Ich sag, ich hab morgen überhaupt keine Chance. Nein, kann ja, ich kann ja. Jetzt sagt er. Es liegt am Wachs. Es liegt schon wieder wie der Bauer, ne? An der Badehose. Weil du die Spur kaputt gemacht hast. Mach du weg da, ich komme! Hm? Praktisch, wir versuchen jetzt die Verlagerung immer auf den Ski, wo wir drauf stehen. Das heißt, wir gehen schon im Light-Ski dann. Light-Ski, genau. Ähm. Ich mach's einfach mal hier vor. Entschuldigung. Schon geil. Da drauf stehen zu bleiben. Ja, genau. Und wirklich so die Belastung, also das Gewicht auch nach vorne auf den Ski. Ja, schon nicht schlecht. Ja, das ist echt ein bisschen langsam, was du da machst. Ja, das ist echt ein bisschen langsam, was du da machst. Also ich kann easy hinter dir herfahren. Schade. Schade. Ja, das macht man so. Also das macht man dann am Schluss, wenn man fertig ist. Richtig posen. Okay. Genau, aber nicht das mit den Beinen vergessen. Genau, der Stockstoß unterstützt praktisch den Abdruck vom Ski. Da liegt einer. Wo ist die Attacke? Warte. Weiter geht's. Ihr wisst ja noch gar nicht, was noch dazu kommt jetzt. Ich bin zu lange gekommen. Ey, warte mal, ich muss ja, ich glaub ich... Ja. Also krass, ich hab einmal aufgehört, mit den Beinen was zu machen, was du gesagt hast. Hab gedacht, gib so einen richtigen Stoß. Und hab dann Rücklage bekommen und hab mich direkt in den Leap. Ja. So, wir brauchen ein Resümee von unserem Coach. Wer hat für Moni bessere Karten? Ähm, ich glaube es ist relativ ausgeglichen. Am Anfang hab ich gedacht, dass der Nick noch ein paar Schwierigkeiten hatte. Es hat sich aber mit der Zeit vom Training dann immer mehr gebessert. Und ich denke, dass es ein ausgeglichenes Rennen werden kann. Also ich hab eigentlich Vorteile bei mir gesehen. Vor allem berghoch. Da bin ich an die ganze Zeit. Okay, berghoch, aber dann muss ich sagen, die Aerodynamik vom Nick bergab, die könnte es wieder toppen. Und die haben Abtriebskraft, weil es so schwer ist. Das hab ich nicht gesagt. Aber mein Material war ja auch nicht richtig gewachst. Oder? Also, ja. Material ist natürlich entscheidend. Das wissen wir. Ja. Dein Tipp also, dass ich gewinne? Äh, ne. Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich ein Zielsprint und dann der, der auf der Zielgeraden nicht hinfliegt, gewinnt. Und das wird dann in dem Fall der Nick sein. Ja, das war so überraschend. Auf jeden Fall danke, dass du uns ein paar Kniffe gezeigt hast. Sehr gerne. War echt gut, weil ohne dich weiß ich nicht, ob wir die 10 Kilometer schaffen können. Nee. Bist du auch froh? Ich bin mega froh, dass wir nicht selber es versucht haben, sondern ein bisschen was gezeigt bekommen haben. Und ich fühle mich aber immer noch so, dass jeder dritte Schwung Kacke ist. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis morgen. Aber du bist öfter hingefallen. Das stimmt, ja. Sturzstatistik führe ich im Moment an. Gut. Auf nach Hause. Danke. Viel Spaß morgen. Guten Morgen, Race Day. Ist das sau kalt, oder? Erstmal die Race Brille aufgesetzt. Leckumio, ey. Es ist minus 7 Grad. Und wir haben hier nur diese dünnen Race Suits an. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hast du das aufgenommen oder nicht? Natürlich. Ich hab dir die dünnen Race Suits gezeigt. Ach so. Oh. Ich dachte schon, du hast so geguckt. Ich sehe hier kaum was. Warte mal eben hier. Warte. Die Scheibenwischeranlage ist eingefroren. Scheiße, ey. Ich sehe, wie nervös du bist. Nee, mir ist einfach nur kalt. Du bist nervös? Nee, überhaupt nicht. Du bist neig. Ich sehe, ich kann micheisch unterört. Du bist neig. Ich Luke13 regenerabel mit dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 10,6 Kilometer auf 54 Minuten Am Ende bin ich übermütig geworden Da, wo ich frei runtergefahren bin Ja, und du hast mich halt rankommen lassen Ja, woran hat er gelegen? Ich würde es voll aufs Material schieben Meine Technik war, wie man gesehen hat Profi-Niveau Und der Christel hat meine Ski falsch gewachsen Für die Bedingungen In den Abfahrten super Also das muss ich sagen, abfahren kann ich Da bin ich ein bisschen an den Bock hier rangekommen Aber sobald es hier gerade ging Oder berghoch Habe ich keine Chance Und ich habe mich direkt in der Startgraden Auch schon zweimal aufs Maul gelegt Also Ski Langdorf Und Staggenborg Macht Spaß Gibt eine Zukunft Aber ich muss noch üben Was ist Ihre Meinung zur Strecke? Die Strecke war Auch vom Lokalmatador Niklas Bock Für ihn Passend ausgesucht Und zum Nachteil von mir Also es ging eigentlich nur bergauf Und dann eine kurze Abfahrt Auf der man aber nicht genug Zeit gut machen konnte Also Beim nächsten Mal werde ich eine Strecke aussuchen Und dann Ja, ich meine Das war jetzt so ein Zielsprint Knapp verloren Und nächstes Mal werde ich ihn einfach vernichten Ja Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr Es fühlt sich natürlich unheimlich gut an Das Rennen gewonnen zu haben Auf einer der härtesten Leuten im Allgäu Escher Chawaya Die 1,8 Kilometer Runde Ich meine 10,6 Kilometer in 54 Minuten jetzt am Ende Das war schon heute auch Meine beste Leistung jemals auf Langlaufskiern Und es hat sich einfach wieder gezeigt Eine gute Vorbereitung Vertrauen auf die eigene Technik Und ein gutes Team Das ist eigentlich dann am Ende entscheidend über den Sieg Und ich wollte mich da auch noch bedanken Bei meinem Head Coach Fabian Eisendauer Für die Aufopfernde Arbeit im Training Bei meiner Frau Bei meiner Familie Bei meinen Partnern und Sponsoren Und auch noch Hut ab an Nick Stangenbock Eine Leistung Die war jetzt nicht schlecht Aber die war auch nicht gut Ja, es ist alles gesagt Ich muss jetzt Ich werde jetzt da noch Hiermit zurück ins Studio Bevor das eskaliert